Ich hab mit Kagan gespielt, der hat eigentlich auch Spaß gemacht, ich versuch's nochmal mit Kagan. Puh dies. Hast du gedacht, du meinst das Level wird zurückgesetzt, oder was? Ne, auch die Statistiken der Charaktere wird zurückgesetzt, nicht das Level, nur die Statistiken. Ganz am Ende immer, wo dann kommt hier von wegen, ja das war deine beste Leistung seit immer. Ja, dann hast du immer zu Beginn der Season wieder alles neu. Weißt du, und auch die Durchschnitte und sowas wird alles neu überrechnet pro Season. Find'n bisschen doof. Doppeltank, Doppelsupport, okay. Mhm, also töd ich Aurora, alles klar. Wann ist die Wurfsterne gegen Kopp? Ich steh mich neben sie und hau meine Füße an den Kopp. Ja. Würde ich mal behaupten. Hältst du dir an den Nasen und sagst, riech mal? Mhm, so ungefähr. Das macht einem immer 10 extra Damage. In jeder Runde. Das erste Mal hältst du noch aus, die zweite Runde in Folge ist dann schon extra Damage. Ja, ja, ja. Das ist die Erklärung, warum er mehr Damage macht mit jedem. Wenn er mehr fachiert hat. Das ist so. Das sind doch eigentlich keine Wurfständer, das sind eigentlich Socken, die er wirft. Das ist jetzt die Lore. Ja. Warum müssen wir gegen Hamster kämpfen? Der Hamster ist gar nicht so stark. Was ist ein Hamster? Das ist aber ein guter Tornt. Er hat nämlich einen Tornt, wo er irgendwie sagt, hier, äh, 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 you thought I was an endangered species? I am the danger! Ja. Der Fleisch ist nämlich lustig. Hm. Aber ich will nicht auf die Might. Da darf ich gerne irgendjemand anderes nehmen. Ich würde sagen rechts rum. Pupp nicht, Pupp geht anders rum. Ja, Pupp kann ja auch stealthen. Üb! Aber Rampard ist tatsächlich das Ding nehmen können. Nehmen können sollen. Tuten. Ich glaube ich kann meinen Voidstrike sogar über Hindernisse drüber dashen. Nämlich grad nicht irre. Oh, das ist fies. Die sieht man doch nicht. Das ist wieder so ein totaler Sichtbarkeitsbullshit. Revealed! Die död! Jetzt komm ich nicht weit genug? Ist das euer fucking Ernst, Mann? Ach, Mann. Wirklich, ich geh auf Aurora. Ich geh jetzt da raus aus dem Scheiß da vorne. Gefällt mir gar nicht. Ja. Ich will nicht gepullt werden. Wegen dem Scheiß Dash von ihr komm ich nie weit genug zum Laufen. Ich wollte eigentlich direkt neben Aurora stehen bleiben. Wenn ihr nie heilen müsst, ob ihr genau nichts bei dem ganzen Schild, das sie noch hat. Ach, das Schild kann nicht geheilt werden? Nee, das Schild kannst du nicht heilen. Du kannst nur Lebensenergie heilen. Und da ist er noch nicht. Das ist ja bei ihr ein bisschen doof. Ja, sie zu heilen bringt nichts bisher. Oh shit. Du wirst geprüllt. Du bist gleich wieder zurück. Das würde ich behaupten. Oder? War das nicht so? Und erst nächste Runde. Ja, ich werde glaube ich gleich gepullt. Jupp, da. Seid alle wieder drin. Das heißt, Chrono Surge in nach oben werfen angezeigt wird. Interessant. Aber Papp kann natürlich dort schön reinbeißen. Aber auch ein ordentliche Damage mit abkriegen. Na, das ist mir wehtun, ja. Alter, ihr steht da zusammen. Jupp. Jupp. Ja, ich glaube die Runde ist verloren. Die Runde habt ihr zumindest erstmal schön für euch positioniert. Aber wir hauen halt auch gut zurück. Also so ist nicht. Ja, ich nicht. Ja, aber alle anderen dafür. Ist der wahrscheinlich tot. Okay, wir haben direkt komplett ausgelöscht. Der Fokus hat funktioniert. Ich bin nicht weit genug weg, oder? Ich muss mich jetzt nicht erwischen. Hallo. Na, Katalys sind sie direkt? Jetzt kriegen wir mal ein Schild. Okay. Sie hat noch ein Kälter, das benutzt. Deswegen kann sie nichts machen. Ich kann sie leicht aus. Deswegen habe ich woanders hin gezielt. Ich treffe sie trotzdem noch. Aui. Neu. Das ist natürlich richtig sinnvoll. Jemanden zu pullen, der sowieso festgehalten wird. Das ist erst richtig geil. Bitte viel, die Runde. Okay, ich wollte sie unbedingt töten. Bin ich mal gespannt. Oh, der Rampal haut mir drauf. Okay, dann ist es eh egal. Sie ist da doch ein Würf. Nice. Ach, nicht darum. Ich glaube, sie wusste, dass ich darum will. Ich glaube, ich jetzt voll rein. Oh, shit. Aber ich kann sie jetzt in den Rücken schießen. Kann ich leider nicht schilden. Schau. Ne, ich glaube, ich werde auch nicht geschilden. Ich glaube, ich werde lieber noch in der Aus wieder. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe keine angegriffen. Fuck. Fuck. Fokus ist ausgewichen. Ich verstehe. Ich verstehe jetzt alle aus dem Nah. Wir sehen, was ihr tut. Warte, um den auf wen machst du jetzt? Ja, auf den. Auf Hamster. Ja, macht wieder so's. Ramp hat sich halt, genau. Jetzt wahrscheinlich das gar nicht gebraucht, weil er eh nicht getroffen werden kann. Hm? Aber so hab ich zwei getroffen, damit ich dann mehr. Ehi. Oh, ich hab ein Stück gecoutert. Oh, wie viel der sich... Nö. Nice. Also wenn sie jetzt nicht Katalys ist, ist sie dead. Ach, fuck, man. Aber Katalys ist trotzdem weg. Dankeschön. Nette Dame. Also Bonus-Punkte. Ulti für nichts. Okay. Aber Katalys ist trotzdem weg. Dankeschön. Mhm. Und vor allen Dingen hat sie mich noch voll im Schaden bewahrt von der Ulti. Finde ich super. Hat's mir sogar geholfen. Wie ist das komische Vieh nicht gedingend bei uns? Ich kann sie alle drei festhalten, wenn ich Glück hab. Mal sehen. Mal sehen. Oh, dann mach ich durchstritzen. Na fuck. Schleppend treff ich niemanden mehr. Station ist ja alle raus. Oh, ich glaub ich drumrum. Schwein gehabt. Und jetzt wieder geblockt. Aua. Den ich nicht haben wollen. Bei uns leben zwei Leute gerade so noch. Ja. Dann sind wir da super weit auseinander. Cool. Was ist denn? Ich bin auf meinem Bildschirm statt, dass ich 20 damage kriege ich doch nicht. Keine Ahnung. Deco war. Ah, die eine hat nicht gereicht. Aurora. Ich hoffe, dass die anderen jetzt weit weg sind. Ich kann ja jetzt nämlich einfach vorbeischleichen. Wo bist du dich vorbeischleich? Da oben, okay. Ich weiß nicht, dass Helio nach oben gelaufen ist. Danach kann ich noch re-roopen vielleicht. Oh, Leber. Da ist Helio. Oh, er ist nicht nach oben gelaufen. Ein schwacher schlägt irgendwie danach. Wieso? War irgendwie 60 oder so. War schon okay. Oh, die geben noch einen Keks, man. Ich hab jetzt nicht dieses Spiel wieder geslowt, ey. Nee, ich nicht. Sehr schön. Fussi. Oh, jup. Jetzt wissen die alle, wo ich bin. Und ich kann schon... Ich kann nur zu einem Bein. Okay, das wird nix. Aber ich glaube nicht, dass bis jetzt irgendjemand... Wieso? Die kommen nicht an dich ran. Die kann ich nicht treffen. Lauf einfach. Wohin? Wohin? Such dir was aus. Keine Ahnung. Ich werd eh gepullt. Von mir aus kannst du in meine Ecke laufen da. Ich hab rechts hier gedrückt und er hat sich nirgendwo hingelaufen. WTF? Was war da für'n Shit? Das ist bitter. Aua. Ach, hier hat nur Adrenalin. Ich volltrottel. Bin dumm. Ich geh auch auf den... Oh, die Aurora wollte dir folgen. Dunkel laufen. Jetzt steht sie neben dir. Jetzt stirbst du. Ach ne, ich stirbst nicht. Sehr gut. Ja, sind die geheilt. Ja. Überlass das Pupp, die zu töten. Ich glaube ich bin tot. Und... You believe so. I believe so. 100 HP ist jetzt nicht gerade viel. Äh, 11. Ist noch 100 HP, nicht so viel. Ne, hast du recht. Nicht so viel. Da. Das ist jetzt so rund. Mhm. Ach, ich bin dead. Fuck, Mann. Du hast schon geholt, ne? Ja, ja. Aber hätte Pupp ganz nochmal zugebissen, hätte er jetzt zwei Leute getroffen. Anstatt diesen komischen Pull zu machen, den er tut. Ach ne, beißt sogar zu. Sehr gut. Viel besser. Und ich bin dadurch tot. What the heck? Ne, du bist nicht tot. Mhm, nehm ich. Aber er hat seine Ulti noch. Wahrscheinlich, dass er die benutzen wird. Und nach der Runde muss ich noch aufs Klo. Bruder er war echt aus. Bruder er benutzt normale Heilung. Äh, Schild man nicht. Aber ich glaube, er würde das Ulti Schild machen. Und Heilung kassieren. Ne, macht er nicht. Krass. Oh. Ich glaube, er würde das Ulti Schild machen. Aber ich glaube, er würde das Ulti Schild machen. Ne, macht er nicht. Krass. Oh. Hat er nicht ganz durchkalkuliert. Den 1 HP pro Runde. 1 HP. Ja, den du grad bekommen hast. Du kriegst ja pro Runde einen, ne? Ja. Ich kann wegdashen. Oh, der rief nun hin. Keine Ahnung. Bei uns rüber irgendwo? Weil er macht ja eh Ulti. Oh Leute, da hast du die Heilung mit dem 1 HP noch eingesammelt. Das ist natürlich rumgelaufen für ihn. Oh, nice. Der Hamster ist tot. Will ich auch sagen. Aber unser Hund auch. Normalerweise. Oh. Das ist natürlich nett. Oh, ich könnte die beiden da oben ulten. Man kann dashen und sie nicht. Eigentlich, eigentlich wegdashen jetzt. Ich kann aber nur zum Rampart hin. Achso, beim Regroup. Aber du könntest dich hierhin regroupen. Ich bin gut mal da. Hinter die Wand. Bei der Wand kannst du ja nicht treffen. Bei der anderen wärst du unsichtbar. Nice Hit. Hampart, kann man sehen. Macht ganz schön Step Step Step. Ja, mit Might, logisch. Flop. Er ist total nuxlos dahinten. Ja, das kommt schon. Ja. Will dich töten. Der hat zum Glück das Ulti-Shield schon benutzt. Hehehehe. Ah, mir nutzt trotzdem noch ein normales Shield. Aber ich glaube Rampart geht ja noch mit drauf in seine Ulti. Von daher. Mhm. Wollte safe sein. Da heissen sogar noch nebenbei mit. Klatsch, 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 klatsch. Ja, aber... Uh, das war knapp. Schü-düm. Aber Rampart jetzt gestorben. Fuck, man. Ja, ich glaube, wir verlieren jetzt. Ja, ich glaube, wir verlieren jetzt. Ja, ich glaube, wir verlieren jetzt. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ich werde jetzt sterben. Aber ich kann sie, glaube ich... Möchte ich sie alle hitten? Ich glaube, ich kann sie alle hitten. Ja, mach mal. Hehehe. Aaaaah. Ich liebe die drei Segmente. Oh, da hätte ich dich trotzdem. Ich glaube, mit dem Shield schaffe ich den Umständen nicht noch schafft sie zu drücken. Geh nur meine Heilung nicht, verdammt. Du hast noch gar nicht geheilt. Ha, du überlebst sogar noch. Nein! Die Heilung hat noch wieder geholt, nein? Ja, du hattest noch keine Heilung. Ja. Ist schön. Ja. Ich hab' ja kalkuliert. Hast dich negativ kalkuliert. Darf ich nicht immer klein rechnen? Alles klar. Das sind mal ein paar Badges. Der fuck, man. Zwei Zeilen. All die Badges. Ich hab' 105 Damage getradet mit meinem Resonance Burst. Wie viele Badge Points hast denn du? Badge Points? Wo steht das? Wenn, dann in der Übersicht. Zweite Reihe, zweites von rechts. 110. Alles klar. Über 100 Badge Points. Jo. Was? Fast 400 Damage als Support, Mann. Ich hab' 200 Damage getradet mit meinem Vaulting Shot. Äh, wir können glaube ich schon mal gleich suchen, aber ich gehe trotzdem mal pinkeln. Bis dann.